Magura ist jetzt nahezu 119 Jahre alt. Wir haben 400 Mitarbeiter, sind international in vier Geschäftsfeldern aktiv. Und unsere Kunden schätzen uns als innovativer und kundenorientierter Technologiepartner. Unsere Produkte stehen für hochwertigste Technologie, optimale Handhabung und effiziente Sicherheit. Lieblingses Beispiel ist natürlich die MT8, die wir gerade auf den Markt gebracht haben. Sie wiegt nur 278 Gramm und ist derzeit die leichteste Bremse der Welt. Magura hat sich in den 119 Jahren immer wieder neu erfunden. 2008 haben wir gemerkt, wir brauchen eine höhere Effizienz, wir brauchen bessere Prozesse und eine bessere Infrastruktur. Aufgrund der Veränderung war es abzusehen, dass wir mit bestehenden Lösungen so nicht mehr weiterkommen. Die waren einfach zu starr, zu alt. Als wir das erste Mal kamen, hatten wir schon den Eindruck, dass die IT im Hause Magura an ihren Grenzen angelangt ist. Wir hatten das Problem, dass wir extrem viele verschiedene Server hatten, extrem viel verschiedene Hardware. Wenn ein System ausgefallen ist, die Daten wieder herzustellen, war extrem schwierig. Zumal wenn Hardware ausgefallen ist, man keine adäquate Hardware hatte. Und was natürlich auch noch extreme Kosten verursacht hat, waren logischerweise die Energiekosten. Und es war natürlich schon exorbitant hoch. Um die Anforderungen, Umsetzung der Ziele und Pläne der Magura zu verwirklichen, war klar, dass man um eine Server- und Storage-Spiritualisierung nicht umherkommt. Wir von der AU setzen an dieser Stelle die Systeme von NetApp ein, weil es an dieser Stelle für uns die Besten sind. Der nächste Schritt war dann wirklich ein Workshop zusammen mit dem Kunden beim Partner Advents Unibyte. Hier konnte er das Systeme live sehen und war danach überzeugt. Nachdem wir alles wirklich tiefgründig geprüft haben, haben wir festgestellt, dass NetApp für uns das Richtige ist. Und was für uns wichtig war, war die Verbindung von NetApp und von dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Deshalb ist für uns die Verknüpfung oder Verbindung NetApp und Advanced Unibyte die optimale gewesen. Für uns als flexibles, globales Unternehmen war es natürlich auch wichtig, ein flexibles und globales IT-System und eine IT-Lösung schaffen zu können, die uns einmal in der IT entlastet, die uns eine internationale Sicherheit gibt und die sehr, sehr leistungsfähig ist. Die Erfahrung mit NetApp ist absolut super. Wir haben im Endeffekt mehr bekommen, als uns versprochen wurde, weil wir noch viele Dinge nutzen konnten. Im Zuge der Einführung von SAP konnten wir alle unsere Software-Features hier einbinden, inklusive Snap-Manager für SAP. Das ist ein echter Mehrwert für den Kunden. Und das Highlight war dann der Umstieg auf SAP. Wir hatten technisch absolut keine Probleme. Wir konnten es selbst zum Hosting-Partner problemlos übernehmen und die NetApp hat funktioniert, ohne dass es jemand gemerkt hat. Wir haben den Umstieg geschafft auf der technischen Ebene und das ist für mich phänomenal. Es war eine sehr gute Entscheidung, sich für NetApp als Partner zu entscheiden, weil wir schon in der Projektierung und auch dann in der Umsetzungsphase sehr schnell erkannt haben, dass NetApp mit seinen tollen Mitarbeitern und sehr erfahrenen Mitarbeitern sehr flexibel auf unsere Anforderungen reagieren kann. Und es hilft mit seiner Erfahrung aus anderen Bereichen, unsere Prozesse weiter zu optimieren, zu verbessern und damit uns effizienter macht und entlastet. Die Anforderungen der Firma Magora stehen immer vorne an. Es ist für mich absolut toll, absolut klasse, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Die wissen, von was sie reden und haben Spaß an der Arbeit und das überträgt sich auf uns alle. Tolle Sache. Jederzeit würde ich diese Entscheidung wieder treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020